Wie viel Euro Tagesumsatz hast du heute gemacht? 974,28 Euro. Cool, wie lange bist du bei uns in der Zusammenarbeit? Etwa vier Monate. Vier Monate, 1000 Euro Tagesumsatz. Geil, was sind jetzt deine nächsten Ziele? Wo soll es hingehen für dich? Also ich möchte auf jeden Fall noch weitere Produkte testen. Ich habe den ganzen Umsatz bisher nur mit einem Produkt gemacht und ich denke, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ich denke auch. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Miguel hat sich bei uns in der Zusammenarbeit seiner eigenen Online-Shop aufgebaut. Du hast gerade erzählt, dass du vorher überlegt hattest, auch vielleicht was mit Amazon zu machen. Warum hast du dich letztendlich dagegen entschieden und warum sollte es Dropshipping sein? Also das Risiko war mir zu hoch gewesen auch, natürlich die Produkte zu bestellen und diese dann vielleicht auch nicht zu Verkauf zu bekommen. Und über Dropshipping war mir das halt sicherer auch gewesen, die Produkte ohne einzukaufen, also an den Endkunden zu verkaufen. Wenn Tara bei uns in den Live-Calls, in den Coaching-Live-Calls ist, dann strahlen die Live-Calls wie verrückt. Warum? Weil du einfach so ein positiver Mensch bist und Zusammenarbeit macht super Spaß. Was würdest du sagen, was ist dein größtes Learning bisher aus der Zusammenarbeit? Mein größtes Learning ist, eindeutig beständig weitergehen, auch wenn man Rückschläge hat und gegebenenfalls nicht weiterkommen, aber dranbleiben und eins zu eins umsetzen und vor allem in die Calls zu gehen und sich da eins zu eins das Feedback zu holen und die Hilfe, die man wirklich immer bekommt von euch. Also auch für mich, dass ich Schritt für Schritt weitergehen kann und mich aufgebe, sondern ja, also weitergehen, beständig weitergehen und willig sein, weiterzulernen. Justin ist bei uns in nahezu jedem Live-Calls, gerade bei mir, unseren Marketing-Live-Calls, da bist du eigentlich in jedem, ist richtig, ja? Ja, genau, ich bin in jedem immer dabei, ja. Selbst sogar am Donnerstag, wo wir zwei Marketing-Live-Calls haben, einmal vormittags, einmal nachmittags oder gegen Abend, warum gehst du in die Marketing-Live-Calls? Was bringt dir das? Also das ist so, ich mache immer meine Fragen, also während ich eben an meinem Shop arbeite und da kommen immer so viele Fragen auf, dass ich mir dann denke, okay, die muss ich irgendwie beantwortet bekommen, ich will alles richtig machen, ich will endlich durchstarten und deswegen komme ich eben immer in die Marketing-Calls, damit ich mir da Feedback holen kann und ja, alles richtig machen in meinem Shop eben, ja. Ja, Anton steht hier gerade bei mir bei uns auf unserem Messestand bei This is Marketing und Anton war bei uns in der Zusammenarbeit. Anton, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du aktuell machst und danach stelle ich dir noch die eine oder andere Frage. Sehr gerne, Robert. Dankeschön auf jeden Fall. Danke auch ihr für die Möglichkeit. Genau, wir haben eine Sonnenblumenkerne-Brand, die heißt nämlich NIMPA-Kerne, könnt ihr auch sehr gerne alle abchecken und wir vertreiben Sonnenblumenkerne und da habt das Team von Torben, also alle, die da mit dazugehören, uns ein bisschen dabei geholfen, unsere Sachen, unsere Systeme, unseren Shop zu optimieren und das war sehr, sehr geil. Also unsere Conversion-Rate ist auf jeden Fall um 1,5% hochgegangen und ja, kann ich allen nur empfehlen. Jetzt haben wir uns heute hier getroffen auf This is Marketing. Warum bist du heute hier? Oder mit wem bist du heute hier? Also ich bin mit meinen ganzen Freunden hier aus dem Coaching, wir haben uns verabredet, wir wollten euch, dein Video hat uns inspiriert zu kommen, als du die Werbung gemacht hast und dann haben wir gesagt, okay, wir kommen jetzt hierher, wollen bei euch am Stand sein und natürlich die ganze Energie hier mitnehmen, die ganzen Leute, die Speaker, also unglaublicher Content auf allen Ebenen und ja, ich möchte jetzt nicht missen, nicht hier zu sein. Ja, cool. Und das ist eben das Schöne bei uns im Baumdeck-Coaching. Wir sind wie eine kleine Family. Bei uns kann man neue Freunde finden, neue Kontakte finden und auch eben nicht nur digital, sondern auch hier vor Ort. Und darum geht's. Man will nicht nur einen Online-Shop aufbauen, sondern sein Leben verändern. Leute finden, die genauso denken, genauso zielstrebig sind und da findet man solche tollen Leute wie dich. Schön, dass du da bist, Mensch. Also wir haben uns vorher, also ich mit meinem Geschäftspartner, haben wir uns natürlich vorher ein bisschen informiert über das Ganze, haben natürlich ein paar Coachings rausgesucht und dann sind wir auf euch gestoßen und ja, es wirkt einfach alles perfekt, professionell, super strukturiert und das hat uns einfach super gefallen und deswegen haben wir uns für Baumdeck entschieden. Viele Leute oder gerade, wenn ich an das Thema denke, Online-Shop-Aufbau, Shopify, du kennst selber einfaches Shop-Baukastensystem. Warum hast du dich dafür entschieden, eine Zusammenarbeit zu machen und dich da professionell beraten zu lassen? Warum hast du dich da nicht selber durchgeklickt? Ja, das ist ganz einfach und zwar habe ich gestartet mit deinem Buch, das zu lesen und dann habe ich mir so gedacht, okay, mit dem Buch komme ich eigentlich klar. Also ich brauche das Buch und dann mehr auch nicht. Nur als ich mich dann mit Shopify auseinandergesetzt habe, habe ich mir dann gedacht, okay, ist doch ein bisschen umfangreicher wie gedacht. Deswegen habe ich dann gesagt, nee, ich brauche da einen Ansprechpartner, der immer erreichbar ist oder mit dem ich immer kommunizieren kann und dementsprechend bin ich dann auf euch gekommen und habe mich für euch entschieden. Also jeder da draußen, der gerade nicht weiß, was er zu tun hat, was er als Business oder vielleicht gerade unglücklich ist in seinem Job und nebenbei was auf die Beine stellen möchte, für den ist es genau das Perfekte. Ihr kriegt eins zu eins an die Hand, wirklich ein Playbook. Ihr müsst es einfach nur angucken, umsetzen, angucken, umsetzen. Habt dann immer wieder die Feedback schleifen. Das Team ist geil. Ihr kriegt 24,7 Support. Ihr habt eine geile WhatsApp-Gruppe. Torben analysiert alles. Also einfach nur geil. Jeder, der nebenbei gerade ein Business aufbauen will, unglücklich ist, vielleicht mit seinem Do, was er gerade macht, wirklich kann ich nur empfehlen.